So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ja, Adi, Schatz. Und zwar wollen wir nochmal kurz auf den Shinox Community Day blicken. Das ist kein Shinox, das ist Adi, egal. Wir haben das ja schon angekündigt, dass wohl ein Shinox Community Day im November stattfinden wird. Jetzt ist es offiziell, es wird wirklich Shinox werden. Und gleichzeitig gucken wir natürlich auch auf den November Event Kalender. Welcher Feldforschungsdurchbruch erwartet uns? Welche Raid-Bosse wird es geben? Welche legendären Raids? Welche Mega-Raids? Raid-Stunden egal, Pokémon GO Rampen, Lichtstunden. Also diese immer dienstags stattfindenden, die in letzter Zeit eigentlich immer unnötiger und immer sinnloser wurden. Das gucken wir uns auf jeden Fall alles an. Ihr könnt wieder gucken, was für euch interessant ist im November. Aber jetzt ganz kurz nochmal zum Shinox Community Day. Es ist also jetzt offiziell, Shinox wird der nächste Community Day sein, am 21. November. Schreibt euch das in den Kalender, das müsste ein Sonntag sein. Und müsste auch der Tag sein, wo die Survivor Series stattfindet. Ansonsten habt ihr schon ein Shiny-Shinox? Ja, nein, vielleicht. Ich habe die Familie voll, ich habe auch das mit dem Hut. Ich freue mich jetzt eigentlich über die Möglichkeit, dann vielleicht die Hunderter-Familie zu sammeln. Und einfach ein 100% Shinox. Ich meine, in der Wildnis, sonst was, gibt es ja sonst nur in Eiern, in Raids. Wird auf jeden Fall was Besonderes sein. Viele werden sich das goldene Hunderter-Klumpen gönnen. Ich bin normal mit einem Hunderter zufrieden, wenn eins kommt. Ist also wieder 6 Stunden, 11 bis 17 Uhr, am 21. Drei Stunden Rauch, drei Stunden Module, kennt man. Ein Viertel-Ei-Brüt-Distanz, obwohl ich wie ein Klotz wieder hier sitzen werde wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, es ist so gut wie keiner mehr unterwegs bei uns. Du siehst niemanden. Und deswegen machen wir das halt im Stream zusammen, dann spielt man wenigstens nicht alleine. Eine exklusive Attacke Psycho-Bizer statt Pfeffer-Bizer gibt es also Psycho-Bizer. Fünf Begegnungen in der Fotobomb, 30 Hyperbälle kostenlos. Aber zusätzliche Boni, und das ist ganz speziell, das gab es nämlich noch nie. Dreifache Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Wir haben in der Rampenlichtstunde oft, dass wir doppelte Bonbons kriegen beim Verschicken. Dreifache Bonbons habe ich bisher noch nie gesehen. Und die Vierfache Chance auf XL-Bonbons beim Verschicken. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Vierfache XL-Bonbons beim Verschicken. Deswegen, viele heben jetzt Darkrai auf, viele heben andere Legendäre auf, hauen die dann raus und hoffen dann auf XL. Bin ich mal gespannt, ob mein Platz das hergibt. Ansonsten Psycho-Bizer sicherlich wieder eine GBL-Attacke. Spezialforschung für 99 Cent wird es wieder geben, werde ich mir auch holen. Mir ist eigentlich auch immer egal, was da drin ist. 99 Cent im Monat für sein Hobby kann man sicherlich ausgeben. Freut ihr euch also auf den Shine Look Sea Day? Jetzt, wo ihr wisst, dass es Shine Look Sea Day ist. Habt ihr schon Shiny? Braucht ihr noch Shiny? Habt ihr Bock auf einen 100er? Werdet ihr eins hochziehen? Das kommt weg, das kommt her. Und wir kommen direkt zum November-Event-Kalender. Nämlich mit dem Feldforschungsdurchbruch. Und ich finde das sehr schön, dass die Pokémon Go Live-Seite das jetzt auch so schön bebildert hat. Es sieht nicht mehr so stumpf aus wie sonst. Ihr habt jetzt eigentlich alles, was ihr wollt hier. Forschungsdurchbruch im November ist Skalük. Skalük? Okay, kann man aus einem 12-Kilometer-Ei brüten? Genauso wie Garnowil. Hätten sie Garnowil reingemacht, hätte ich mich wahrscheinlich mehr gefreut. Es ist Skalük trotzdem ganz normal. Wer noch keins hat, eigentlich müsste jeder eins haben. Oder wer nicht die Möglichkeit hat, an 12-Kilometer-Eier zu kommen, wird sich darüber sicherlich freuen. Ist an sich auch nur ein PvP-relevantes Pokémon. Ich finde es jetzt nicht so krass. Mich haut es nicht vom Sockel. Aber vielleicht trotzdem die Chance auf ein Hunderter. Wöchentliche Bundles für eine Pokemünze. Jeden Montag gibt es im Shop wieder für eine Pokemünze einen Bundle, wo auch ein Fanrate-Pass drin ist. Guckt da immer nach. Guckt jede Woche montags mal da rein. Meistens bei Chill mit Ramses im Livestream sagen die Leute ja auch, ah, das Bundle ist da. Oder habt ihr euer Paket schon abgeholt? Nehmt diesen einen Fanrate-Pass mit. Einmal pro Woche für eine Münze. Skalük? Also, für mich nix. Wer braucht noch Skalük? Schreibt es mal rein. Pokémon-Kämpfe im November. Legendäre. Bis Freitag, 5. November, ist das mysteriöse Pokémon Darkrai noch erhältlich. Wir haben ja jetzt Darkrai drin. Mein Ziel ist es ja, so ein Hunderter Darkrai zu bekommen und das auf 50 zu ziehen. Die XL-Bombombs sind nicht das Problem, aber das Hunderter. Das kann ewig dauern. Ich habe jetzt die XL-Bombombs schon fast voll, aber noch nichts Gutes gehabt. Ein 96er jetzt, ein 98er von damals bis Freitag, 5. November. Schreibt es euch auf, Darkrai. Ab 5. November, Freitag. Bis Dienstag, 16. November. Ich weiß nicht, ob man sich freuen soll oder auch nicht. Kobalium, Terrakium, Viridium. Die sind alle nicht neu. Die sind alle schon öfters da gewesen. Die gab es auch schon vorher. Alle als Shiny, sind jetzt immer noch als Shiny. Klar, wir haben immer wieder neue Spieler. Kobalium, Terrakium, Viridium habe ich alle schon als Shiny. Habe ich auch als Glücks-Shinies. Kobalium habe ich sogar 200-prozentige. Viridium kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen. Ich könnte jetzt sagen, ich will XL sammeln für Kobalium, um das auf 50 zu ziehen. Oder wir konzentrieren uns auf Terrakium. Denn in letzter Zeit, wenn ich einen Glücksfreund habe, versuche ich immer einen Terrakium-Glücks-Trade zu machen, um da einen 100er zu bekommen. Denn Terrakium, finde ich, ist am nützlichsten von den dreien. Sieht am besten aus von den dreien. Ich würde mich also vom 5. bis 16. November darauf konzentrieren, vielleicht einen 100er Terrakium zu bekommen. Werde auch in der Raidmania, die in dem Zeitraum stattfindet, also immer Mittwoch die Raidstunde, bevorzugt. Terrakium-Raids annehmen. Wenn wir also 5 Leute einladen, 2 für Kobalium, 2 für Viridium, 1 für Terrakium, ich werde den Terrakium annehmen. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wer bei der Raidmania Punkte machen will, ladet bitte für Terrakium ein. Fertig. Mehr ist es nicht. So, Griselia. Dienstag, 16. November bis Mittwoch, 1. Dezember. Dann habt ihr also die zweite Hälfte auch um. Wir können also sagen, die erste Hälfte kommen drei Pokémon gleichzeitig, wo noch was Cooles dabei ist oder man sich auf die Shinies konzentrieren kann. In der zweiten Hälfte vom November ab 16. Griselia. Shiny ist schon am Start bei mir. Hunderter nicht. Ist aber jetzt ein Pokémon, was auch wieder nur PvP relevant ist an sich. Aber für mich als Raid-Spieler nicht so interessant. Da würde ich auch nicht reinsuchten und rein-cashen auf ein Hunderter. Wenn es kommt, dann kommt es. Wird ja auch eine Raidmania mitnehmen. Aber Griselia finde ich jetzt nicht so cool. Ich finde immer noch Darkrai am besten. Terrakium finde ich auch cool. Rest sagt mir jetzt eigentlich nicht so zu. Aber alle vier können Shiny sein, beziehungsweise alle fünf. Ihr könnt also den ganzen November über raiden für Shinies, für sonst was. Wir werden auch wieder Raids für Zuschauer machen. Wie wir das machen, weiß ich aber noch nicht genau. Ob man sagt, der eine bietet das an, der andere das. Und am nächsten Tag irgendwie anders. Oder jedes bekommt nur genau einen Tag. Oder irgendwie muss man das ja irgendwie machen. Lässt wieder Platz für Spielereien auf. So, Mega-Raids. Wir haben jetzt noch Mega-Absol drin. Auch bis 5. November. Solange wie Darkrai da ist. War komplett neu. Das Interesse ist trotzdem sehr gering. Dann kommt Voltenzo zurück in die Mega-Raids. Solange wie die Ritter der Rätseligkeit da sind. Auch vom 5. bis zum 16. Voltenzo brauche ich nicht. Das Pokémon ist mega entwickelt. Männlich, weiblich, shiny. Alles da. Hunderter da. Gemaxter 50. Alles da. Brauche ich nicht. Braucht ihr noch Voltenzo? Schreibt es rein. Dienstag, 16. November. Bis Mittwoch, 1. Dezember. Dann nochmal Mega-Schlappohr. Für mich auch komplett uninteressant. Also da bei den Mega-Raids leider nichts Neues. Aber haben wir immer noch Mega-Absol. Erstmal bis zum 5. bis zum 5. jetzt da. Was trotzdem der beste Unlichtangreifer jetzt ist. Dann bis Mega-Despo da vielleicht reinkommt. Ähm, Raid-Stunden wisst ihr wie immer. Natürlich am 3. November, am 10. November, am 17. November, am 24. November. Wir werden also noch eine mit Darkrai bekommen. Eine mit allen 3 Rittern der Redlichkeit. Redseligkeit mit irgendwas. Und zweimal mit Gryselia. Ich hätte lieber das 3er-Gespan zweimal gehabt. Um vielleicht dann doch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Pokémon-Rampenlichtstunden. 2. November, Tuska. Doppelte Fang-Bomb-Boms. Kann nicht Shiny sein. 9. November, Lambi. Doppelte Verschick-Bomb-Boms. Kann Shiny sein. 16. November, Shellast. Doppelter Fang-Staub. Ist ein Starter. Feiern viele. Kann Shiny sein. Doppel-Staub. Ist wahrscheinlich wieder die attraktivste Stunde. 23. November, Panflam. Doppelte Fang-EP. Auch als Shiny verfügbar. 30. November, Plinfa. Doppelte Fang-Bomb-Boms. Ich finde das richtig cool gemacht in dieser Grafik. Schön übersichtlich. Also ich hoffe, die machen das jetzt weiter so. Für mich, da das ja Starter waren, die alle einen Z-Day hatten. Und weil Tuska kein Shiny sein kann, würde ich trotzdem Lampi als coolste Stunde ansehen. Und auch seine Typen, äh, seine Typen, vom Typ Wasser-Elektro, diese Kombination, diese Typen-Kombination genau, finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Community Day im November, Shinux steht auch nochmal da, bevorstehende Events. Lichtfestival vom 5. bis 14. Ein brandneues Event, gibt's noch nix. Tag der Toten am 1. und 2. November. Ein besonderes Event für Trainer auf der ganzen Welt. Event zu Pokémon, strahlender Diamant und leuchtende Perle vom 16. bis 21. November. Und dann haben wir noch Fragezeichen, ja. Es wird weiter mit Hopper, Spezialforschung gehen und so weiter. Wisst ihr ja, ist immer noch nicht am Ende, ob wir noch das entbannende Hopper bekommen. Also für die Events wird's sicherlich wieder extra Videos geben, extra News, wenn da was angekündigt ist. Ansonsten, ihr habt den Community Day, schreibt nochmal rein, ob ihr da noch ein Shiny braucht. Was ist eure Lieblings-Rampenlichtstunde? Ich würde jetzt einfach so einen Bauch heraus sagen, einfach Lampi. Weil's das seltenste von den Shinies ist und Tuska an sich man auch nicht wirklich braucht. Von den Mega-Raids. Wir werden vielleicht welche anbieten, ich selber werde aber gar keine mehr machen. Auch mit Absol bin ich gerade komplett durch. Von den normalen Raids, wie gesagt, Darkrai wird weiter gesuchtet bis zum Ende, bis das 100er da ist. Und dann freue ich mich trotzdem auf Terrakium, weil ich das als cooles Pokémon ansehe. Kresselia muss man leider über sich ergehen lassen, ich an meiner Stelle. Wer die Shinies noch nicht hat, wird da vielleicht auch auf Suche gehen. Und Skaluk im Feldforschungsdurchbruch ist jetzt auch nicht so der Burner. Nach dem starken Oktober kommt also ein durchwachsender November. Aber ich denke mal, im Dezember wird sicherlich noch richtig fett was abgehen. Gerade das Ende des Jahres, das Weihnachtsevent immer mit bei. Der Jahreswechsel, da lassen sich immer ganz viele Sachen einfallen. Leider auch viele kostümierte Dinge. Und deswegen würde ich sagen, wartet mal einfach mal ab. Ihr schreibt eure Meinung jetzt zu den Sachen rein, was ihr noch braucht, was ihr nicht braucht. Worauf ihr euch freut, wie ihr das neue Design da findet. Und ansonsten würde ich sagen, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns morgen wieder bei Raids für Zuschauer mit Darkrai. Wenn ich selber auch wieder mitmache. Ciao.